Öffnen Sie die Türe! Ihr Haus brennt! Machen Sie die Türe auf! Ihr Haus steht lichterloh in Flammen! Es ist kurz davor einzustürzen! Kommen Sie raus! Lassen Sie sich retten! Sie werden sonst alle umkommen! Glauben Sie mir! Kommen Sie raus! Ja, guten Tag! Also, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten und Sie haben es auch wirklich ganz schön hier drin. Aber ich wollte Ihnen sagen, hier draußen ist noch viel schöner. Warum kommen Sie nicht mal mit mir raus und schauen, wie schön, dass es hier draußen ist? Nun, die Wahrheit, die liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen beiden Formen der Evangelisation. Aber Jesus hat gesagt, geht raus in die ganze Welt, predigt das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verloren gehen. Hört sich das für dich eher nach der alten oder nach der neuen Form der Evangelisation an?